Wollen die mich ärgern, oder warum stehen da gerade drei Frauen neben mir? Ja, ich mach das nur in der Richtung. Die wollen mich ärgern, so. Erstmal, um zu sagen, wer da ist, ja, Rocco ist da, das ist hier McThomas, Mario ist da, das ist hier in der Ecke, und die einzige echte Frau hier ist das, das ist Mika, hier als Claudette Morale. Ja, ähm, ich werde jetzt sicher sagen, da fehlt wieder einer, ja, der Lukas fehlt, der, ähm, ja, der muss ins Bett, kann man so sagen. Der soll sich wieder an seinen alten Schlafrhythmus gewöhnen, weil die Fähren sind ja jetzt demnächst vorbei, also mit diesem Wochenende enden die, und der soll langsam wieder seinen normalen Schlafrhythmus reinkommen, wir kennen das ja alle, Rocco, du kennst das bestimmt auch, Marvin, du auch, wenn man so am Wochenende bis drei Uhr nachts wach bleibt oder in den Urlaub, und dann fängt die Arbeit wieder an, und es ist sau schwer, wieder in diesen Rhythmus reinzukommen, dass man einfach morgens nicht um zwölf Uhr aufstehen kann, sondern auch schon um sechs Uhr aufstehen muss. Uh, das ist schön. Ich muss mich da auch immer so zwei, drei Tage drauf vorbereiten. So, wir machen erstmal hier, äh, wir machen heute wieder mehrere Aufnahmen an einem Abend, wie wir das immer so üblich machen, so vorproduzieren. Ich weiß nicht, nimmst du eigentlich auch auf, Mario? Äh, nö, gerade nicht. Ja, warum machst du's denn nicht? Oh, 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 oh. Was? Ich hab gesehen, der Killer direkt bereit. Ja. Mika, was hast du nochmal damals gesagt? Freddy Krüger confirmed? Nee, nee, ich hab, ich bin einfach nur, ich hab die gleiche Meinung wie Mika, ich kann so übermotivierte Killer nicht ausstehen. Das Reagenzglas von mir. Okay. Oh, okay. Oh Gott, Michael Myers. Echt scheiße, nee. Ich hab keinen Fuck auf den. Boah. Der ist doch der Halloween-Teil hereingezogen. Ja, okay. Ich weiß nicht, ist Michael Myers nicht am Ende von den Halloween-Teilen tot und irgendwie, äh, äh, die Schwester von ihm oder was auch immer dieses Mädchen da war, übernimmt dann seine Rolle als Killer? Äh, nee, ich dachte erst, du kannst Michael Myers nicht töten, weil er ja im Grunde das Böse ist. Ja, Mann, du kannst auch Jason und Freddy nicht töten, meine Fresse. Das Böse. Warte, hab ich auf Facebook neulich so ein Video gesehen, so, die, äh, Serienmörder aus Filmen singen den größten Backstreet-Boy-Hit. Siehst du so, siehst du so, Jason, Freddy. Musst du mir aber auch mal schicken. Das hab ich, ja, ich hab dich ja nicht auf Facebook, ist das Problem. Ich hab Rocco als einzigsten auf Facebook. Das hab ich auch, das hab ich mit meinen Freunden sogar gezeigt. Das sind so Jason, Freddy, Michael Myers, ähm, Leatherface und der Typ aus Scream. Die sind da alle und singen dann so Everybody. So Jason fängt so an Everybody. Und dann singen sie irgendwie so Slashing, dann sagen, normal heißt es ja Rock Your Body und die singen da Slashing. Wow, die sind alle so zerschneiden, Körper. Oh, schön. Und Freddy dann so direkt so, warte, 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 Jason, du kannst singen? Ich wusste nicht mal, dass du sprechen kannst, Bitch. So, jetzt hier, äh, Konzentration. Michael Myers. Das ist so blöd, man sieht hier gar nichts. Moment, ich bin hinter Kroett-Modell, äh, well, hier war das noch mal. Hallo. Hallöchen. Wir haben mal rausgegangen, irgendwie. Oh, da ist jemand. Wer ist da? Wir sind hier alle drei an einem Generator, auf, komm. Ah, er kommt, er ist auf dem Schiff gewesen, er kommt, haut ab! Dann, ja, kommt, dann kommt er auf dem Schiff. Dann verstecke ich mich jetzt. Denk dran, ihr hört den Terror-Radius nicht, wenn ihr nicht in seine Richtung kommt. Ja, ich hab den gerade gesehen. Den Myers. Ach, Michael. Michael. Was soll denn diese besondere Fähigkeit von Michael Myers? Er kann, er kann sich, er kann sich, er kann dich stalken, und sobald er auf Diabone 3 ist, kann er dich im Prinzip direkt töten. Das Problem ist, mit dem Perk sieht man das nicht, ob der Hintern ist, oder nicht. Ja, ja. Shit. Oh, Mann. Ist er noch in die Hermika, oder ist er weg? Ja, ich glaub schon. Ich hab dich mich grad dahinten langlaufen sehen. Ja, ich hab dich auch grad langlaufen sehen, aber... Da ist wer beim Schiff. Gott, ich hab Angst. Da ist er wieder, scheiße! Ja, es ist nicht los. Pass auf, er ist hinter dir! Ja, du hörst ihn, wie gesagt, nicht, wenn du nicht in seine Richtung guckst. Der war grad beim Schiff. Hast du nicht gehört, dass die Krähen alle so geschrien haben? Wenn ich so, es kommt, dann ist er beim Schiff, da ist jemand beim Schiff. Ja, ich seh dich, ich seh dich, keiner sorgt, mach doch gar nicht. Wo bist denn du? Hat er grad Tetschen nicht zu? Lass doch den Rocco los. Er ist beim Schiff, er ist beim Schiff am Haar. Okay, jeder kommt jetzt in meine Richtung. Ja, da hinten. Ist jemand in der Nähe von mir. Ja, ich. Okay. Ich stehe hier genau an dem Generator, gegen den Michael gerade gegengetreut hat. Jetzt macht er die. Michael, das rest von dir. Er hat mich, er hat mich. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Dieser scheiß Terrorradius, dass man das nicht hört. Das er so klein ist bei mir. Komm schon, der Millimeter. Pass auf, er kommt gerade mit mir angerannt. Camper, 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 immer noch. Hat er losgelassen? Nein, er ist ein Camper. Ach, fuck it. Er ist jetzt weg, rechts von mir, irgendwo. Ja, ich seh gerade. Ja, Leon, pass auf. Ich seh ihn, ich laufe hinter ihm hier, ja. Du bist hinter ihm, jetzt bist du der Killer, oder wie? Ja, ich mach, ich mach jetzt einen auf Curry-Style. Ich bin, ich bin, ich laufe den. Wer ist links von mir? Ja, er ist hinter mir. Ich habe den Generator. Achso, das. Moment, ich brauche doch eh die Quest, mich hier mit der Nähe der Carlsen. Ja, das Ding ist, der campt wirklich brutal. Scheiße. Ich kann ihn mal einer ablenken, dann kann ich den Rocco vom Haken, den kann ich nicht mehr. Also, ich bin gerade in der Nähe von Rocco. Ich würde ihn auch liebend gern vom Haken holen. Das Problem ist, der Michael Meyer steht hier die ganze Zeit rum und campt. Oh, doch. Der campt. Ja, ja. Ist er links oder, ist er links von dir? Ich mach jetzt einfach. Ich mach jetzt einfach. Scheiße, hack den aus, hack den aus! Du, jetzt lauf! Lauft alle weg, lauft alle weg, der kommt! Weg. Gott. Er ist hinter mir, er ist hinter mir, er ist hinter mir. Zieh die Platte runter! Oh, was war, was denn für ein Manöver? Oh, tschü- da ist er, da ist er! Ah, er hat mich, er hat mich! Scheiße. Oh, scheiße, ich kann hier auf dem Schiff nicht kontrollieren. Das ist, fuck it, schwer. Rocco und ich, wir sind angeschnitzelt. Der läuft immer noch auf dem Schiff rum. Nein, ich bin jetzt draußen. Nein, der Michael Meyer steht immer noch auf dem Schiff rum. Nee, da ist der Generator, die ich reparieren. Nein, der kommt in meine Richtung. Oh, draußen, das könnte ich nicht fallen. Äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich lauf jetzt einmal ums Schiff rum. Ich bin irgendwo an der Wand, aber... Ich lauf immer noch genau hinterher! An der Wand, sehr gute Beschreibung, Rocco. Ja, aber wie soll ich das sonst beschreiben? Ja, ich hab da auch mal Probleme mit. Ich hab keine Ahnung. Ja, bist du nicht der Einzige. Oh, wobei ist der? Hier ist doch kein Mond an dem man... Der ist bei mir! Der sieht mich. Ey, kss, kss! Hilf mir mal! Mario, Mario! Warte hier in die Büsche, damit er uns nicht direkt sieht. Er ist bei mir, beim Keller, bei einem der Ausgangstore. Was, im Keller? Der Keller ist doch normal auf dem Schiff. Ja, hier in der Nähe ist der Keller. Nein, der ist grad in der anderen kleinen Hütte, die immer ist. Ach, da! Ach, stimmt, der Keller ist ja immer unterschiedlich. Okay, nice. Ja, du musst mir helfen. Hier unten ist ein Generator, der ist fast fertig. Okay, ich hab ihn ein bisschen abgehängt. Er geht wieder von mir weg, weil er mich nicht findet. Mario, nicht beim Schiff, hier! Du musst du gegangen links, oder? Er geht wieder zum Schiff. Oh Gott, da ist Mario grad. Ach, da, ich seh dich. Oh Gott. Ah, lauf! Fahne mich doch vor, du musstest ihn doch vor mir gesehen haben. Ja, aber der Millisekunde kam ja auf einmal. Der jagt mich jetzt wahrscheinlich wieder. Ja, ich hab ihn da hinten langlaufen sehen. Ja, der rennt hinter mir her, ne? Ich glaube, du bist irgendwie zu entkommen. Ich versuch's. Ich mach schon mal ein bisschen Generator weiter. Fuck, er ist genau bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Nein, er hat mich! Ja, er hat mich. Okay, nee, dann. Er trägt mich direkt. Ja, nee, da ist der Keller. Das Ding ist, ich weiß nicht, welche Diabolikstufe ist und er muss ja nicht mal stalken, um das aufzuladen, ist das Problem, ne? Ja, er hackt mich hier auf dem Steg. Er hackt mich hier auf dem Steg auf. Auch wenn ich noch so ein guter Bückler bin, er hängt mit mir, er hat's gekürzt. Ich bin jetzt eins hier. So. Wer auch immer den Generator gemacht hat, er kommt in deine Rieb... Nee, der kämmt. Ich häng dir immer noch auf dem Steg. Ich höre, ich seh dich, aber wenn Michael direkt da ist. Ich höre jemanden stöhnen. Ohne selber. Ja, das dürfte Rocco sein. Ja, der steht hier auf dem Steg und kämmt. Marco, du passt auf, das ist ein Zusein, der da hinten langschleicht. Okay, danke. Genau. Ähm, der steht hier direkt oben, der steht noch neben mir. Ja, jetzt guckt er mich grad an. Jetzt hat er daneben geschlagen. Ich sehe jemanden zu schleichen. Was? Jetzt zu unten, jetzt musst du schnell kommen. Nein, warte, bleib, bleib weg, bleib weg. Okay. Jetzt versteckt doch mal mich, ey. Ihr müsst zu mehreren Leuten kommen, damit ihr den ablenken könnt. Ja, ich hab nach oben eine Art langen Loch. Ja, er ist da oben beim Stegen. Oh, ich muss kämpfen. Ihr müsst euch bitte beeilen. Mario, er hat dich gesehen, Mario. Ja. Aber der kommt nicht. Wie kommt ich denn ein Stück hoch? Oh Gott, ich höre die Halloween-Musik. Ja, der lädt sich jetzt wahrscheinlich gerade an mir auf. Hilfe. Lass uns an die Hände hoch. Ich kann nicht mehr lange... Wie kommt man da hoch? Ja, ihr ist schräg. Hilf mir nochmal! Ich kann nicht mehr lange. Meine Finger machen schlapp. Wie kommt man da hoch? Ja, scheiße. Oh, warte mal. Du hast mich, glaube ich, vom Haken geholt. Nee, der trägt uns beide, hä? Nee. Ah, ich hatte gerade gebacken. Oh, das war knapp. Danke. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Boah, wo war das genau? Scheiße. Ja, toll. Jetzt fliege ich auf. Ach, scheiße. Och, Michael. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt hängt er mich auf. Ja, ich bleib stehen. Man muss vorsichtig sein. Der ist da oben, ne? Der hängt jetzt von uns direkt auf. Ja. Ja. Komm, ja. Ja, das hat geklappt. Der kann mich da nicht aufhören. Okay, jetzt hat er... Nee, dich hat er, ist Rocco. Okay. War fein. Der lässt dich da extra liegen. Ist er immer noch da oben? Wenn er campen will. Ah, Mann. Versuch, dich freizumickeln. Der hält dich ja mehrfach hoch. Rocco ist da unten. Ich komme. So, direkt weg. Danke dir. Direkt weg, direkt weg. Oh, er oben schafft freigeschaltet. Mario, direkt weg. Hier ins Haus rein. Das ist erst mal sicherer. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Rocco ist ja jetzt tot, ne? Er ist hinter euch her, ne? Ja, ich versuche eben nur kurz in Mario zu fallen. Kannst du... Äh, war irgendein anderer Generator schon mal angeschnitten? Ja, hinten beim Schiff ist einer. Also nicht auf dem Schiff. Den werden wir als allererstes gemacht haben. Genau. Und den hat Michael ja wieder zurückgesetzt. Ja. Nee, den hat er nicht... Den kann ich nicht zurücksetzen. Ja, demoliert. Oh, das wollte ich gar nicht. Bist du wahnsinnig? Das hört man auf der ganzen Map. Der sieht das als so ein Kabumm, als wenn der Generator explodieren würde. Da ist jemand gerade beim Schiff. Bist du das? Ich. Bist du beim Schiff? Ja. Ja, gut. Ja, der... Und der Killer auch. Ah, gut. Okay. Ja, weil... Du kannst das immer auf der Map hier hören. Der macht die wieder kaputt. Ja, war ja klar. Die Raben schreien ja... Hier geht er wieder weg. Da, da ist schon wieder einer beim Schiff. Ja, der Killer. Die Raben schreien ja immer so, wenn der... Weil auf dem Schiff sind ganz viele Raben. Und du kannst wirklich hören, wenn jemand beim Schiff ist, weil dann... Ähm, schreien die Raben immer alle so. Ja, der Killer war hier gerade. Ist aber wieder weg. Kämmt er jetzt an dem Generator? Da schien wieder einer aus. Äh, nee. Nee, nee. Ich möchte nicht nochmal aufgehangen werden, weil dann bin ich drohen. Bist du wahnsinnig? Ich hab mich voll erschrocken, Mika. Ja, ja. Das Problem ist, dass die letzten drei Generatoren... Jeder guckt in eine Richtung, um ihn zu sehen. Ja. Das Problem ist, dass die letzten drei Generatoren relativ an einem Spot sind. In der Nähe. Ich finde es. Denk dran, sobald er das sieht, dass er fertig ist, ertönt ihm das Horn vom Schiff. Ich geh auf die andere Seite. Alles klar. Ich mach hier auf. Ja, okay. Ich bleib hier erstmal im Gebüsch und guck, ob ich den sehe. Der müsste nämlich jetzt gleich kommen. Ich hör ihn. Pass auf, Mario. Da ist er. Fuck. Okay, hab ich übersehen. Übersehen hat er dich wohl eher nicht. Ja, hab ich aber gehltet. Okay, lauf zum anderen Ausgang, zu Mika. Ich lenke ihn so lang ab und ich komme dann später nach. Ich versuch's mit mir. Jetzt hat er mich einmal erwischt. Ich muss mich echt hören. Mensch, wo ist der andere Ausgang? Er läuft immer noch hinter mir her. Ach, die Scheiße. Ich bin hinter dir, Mika. Okay, okay. Okay, macht einfach weiter. Wenn er mich jetzt schafft, mich aufzuhängen, dann bin ich je tot. Ich schwebe gerade in der Luft. Ich hatte gerade wieder einen Bug. Macht einfach. Macht einfach. Wenn er mich aufhängt, bin ich je tot. Das war aber auch scheiße. Ja, 50-50. Ja, ich bin tot. Komm mal hier rein. Ja, ich bin tot. Haut ab. Haut einfach ab. Was für ein Kenpaar. Ja. Komm. Jo, danke dir. Okay, komm, komm da. Fertig. Ich spiele hier bis Korb, von dir. Da laufen sie alle. What the fuck? Ich habe gerade auch einen komischen Bug, warum Mika's hinter... Ne, ich bin gar nicht. Oh! Was? Ich bin jetzt hinter hier von meinem Charakter. Warum sieht der so fett aus? Gegen der Jacke. Der sieht total gestört aus. Keine Ahnung. Das war nicht so gut, aber 50% sind tot, 50% sind in den Korb. Ich sage mal, eine akzeptable Quote. So, kleines... Ich schlade wieder ein. Bis jetzt habe ich ihn wegzulassen. Ich habe dreimal versteinerte Eiche. Und zweimal dunkelstes Mondlicht. Das ist gut. Das ist deine Lieblingsabfallgabe, kann das sein, Rako? Ja. Versteinerte Eiche. Boah, ich weiß noch, diese Assi-Runden, die wir mal gespielt haben im Offline-Modus. Mario und Rocco direkt zack zack versteinerte Eiche. Ich denke mir so, ja toll. Aber es gibt auch so eine Gegenopfergabe vom Killer, ne? Ja, das habe ich auch mal gesehen. Es gibt einen zusätzlichen Haken. Jaja, das gibt bis zu drei zusätzliche Haken. Weil es gibt morsche Eiche, vermoderte Eiche und verschimmelte Eiche. Was waren die verschimmelte Eiche? Ja wirklich, es ist, ähm, morsche Eiche ist, äh, ein zusätzlicher Haken. Moderne Eiche ist, ähm, zwei zusätzliche Haken. Und verschimmelte Eiche ist, huh, drei zusätzliche Haken. Was für? Rocco ist weg. Hä? Wieso denn das? Du bist bei mir nicht da. Ja, bei mir auch nicht. Hä? Du bist bei uns. Wieso bin ich raus? Mhm. Ja, du bist nicht da. Ja, du bist noch mal einladen. Nee, geht nicht. Ach nein, das ist doof, boah. Wir können ja noch mal alle verlassen. Ja, dann müssen wir alle rausgehen. Gut, noch mal Lobby verlassen. Das Spiel macht mich nicht. Nicht so schlimm wie er beim letzten Mal als, äh, Steve Lukas gemobbt hat. Wisst ihr noch? Ja. 30 Mal rausgeflogen. Zweimal Witz über den Goldfisch gerissen. Ich hab dich Overwatch ein bisschen geworben. Ich bin zweimal einfach rausgekommen. Das ist eine Competitive. Oh, ich schau lieber auf. Bei dem einen wieder neu joinen. Das hab ich auch verdammt oft. Blut ist immer in Ranked Matches. Oh, spielst du Overwatch, Nico? Ja. Ja, Lukas jetzt auch. Playstation oder PC? PC. Nice. Ich geh essen, aber da könnt ich dich ja mal halten. Du spielst das auch am PC, ne? Mario. Jo. Du sollst antworten. Jo, meine ich doch genau. Achso. Tojo. Ne, alles gut. Welches Level bist du denn, Mika? Und welcher Rang? Ähm. Alles von mir. Level 255. Ja, über 3. Ja, okay. Ja, ich bin 360 mittlerweile. Ja. Ja, die meisten meiner Freunde sind auf Level 600. Wasch! Wow, okay. Ja, die haben schon Silberrahmen. Begleitig. Alter. Ja gut, der Silberrahmen sieht doch tausendmal besser aus als dieser potröstliche Bronzerahm. Ja. Bronzerahm, ja. Welcher Heldenspielst du denn so? Äh, typisch Mercy. Mercy. Mercy main. Ja. Farrah. Kein Bock mehr. Auch in der letzten Zeit auch. Lass mal Ben und Ed spielen. Ja, ihr könnt das wissen. Letzte Zeit aber auch. Also Farrah, Mercy und... Zenyatta. Ich spiel gerne Heiler. Zenyatta und normal Tracer halt auch gerne. Hat schon jemand gesehen, wer der Killer ist? Oh, Tracer kann ich gar nicht. Ist das ein ganzes Mal? Wer der Killer ist? Oh, die neue Map! Die neue Map! Nice. Oh, ich hab nicht drauf geachtet schon. Das ist die Vorschule aus dem Film Nightmare on Elm Street. Ich hab jetzt schon Angst. Oh, Freddy Krüger haben ja Bock. Yes. Oh, hi! Ich hab nicht drauf geachtet, was für ein Killer ist. Das da steht. Äh, es ist der Trapper. Ich hab genau hier ne Trap liegen gehabt. Echt? Oh, der Fallensteller. Ivan McMillian. Ich höre den Generator. Hallo! Seines Zeichens der Falle. Hi! Bei mir in der DM. Bei mir in der DM. Ja, drei Vibe auf einem Platz. Ja. Waaah! Er ist direkt bei mir! Mein Lieblingskiller will mich killen! Hilfe! Hau ab! Ich hab' mir gehört schon herzukommen. Ich weiß nicht, ich renn' jetzt grad aus'n Zaun raus. Die Schweißen schrennen jetzt grad aus'n Zaun raus. Ja, ich hab' mir gehört. Ja, ich hab' mir gehört. Ja, ich hab' mir gehört. Ja, genau auf uns zu. Nicht auf uns. Ich will den einfach nur loswerden! Ach, das ist die Entschuldigung! Hallo! Hallo! Scheiße, ist der Tod. Oh Gott! Also, der hat euch auf jeden Fall gesehen. Du hast das Willen! Und da hab' ich gerade ne Falle gesehen. Ja, das ist natürlich ein Tier da. Boah, weg mit dir! Entschuldigung! Wollte ich nicht! Ich wusste nicht, wo ihr seid! Hm, naja, guck' mir an. Ich laufe weiter die Kille her, ne? Boah, der ist immer noch hinter mir. Ich hab' den Leon gefunden. Nein, bitte nicht! Nein! Wieso bitte? Oh Gott! Oh Gott! Wohin? Ich weiß nicht, wohin! Ich hab' den Orkabot gehittet. Ich hab' gerne eine Skat-Kasse! Wie ist das denn? Oh Gott! Was ist denn der? Da! Nein, es war Rocco gerade. Das ist ja doof, der Keller. Der hat mich nicht weiter verfolgt. Rocco, wir waren genau auf der anderen Seite. Ich bin auf Leon. Pstst! Komm' schnell weg da, Mario! Der ist hinter uns! Der ist hinter dir gerade gewesen! Ja, ich hab' ihn gesehen. Ich bin schon weg. Okay, jetzt hier lang. Komm! Oh Gott! Den Generator wir hatten mal, genau. Den Generator wir hatten mal, genau. Rocco, wo bist du? Wo? Wo bist du? Irgendwo offen am Zaun. Äh, irgendwie. Keine Ahnung. Ja, wir sind jetzt auch gerade offen am Zaun, aber... Wo bist du? Hallo, da bist du! Komm! Ich bin am äußersten Punkt vom Zaun gerade. Oder wie auch mal mal das. Ich hab' ein... Entschuldigung, mein Fehler. Die scheiß Kräler hab' ich nicht gesehen. So. Hallo! Hallo! Ach! Ja, da vorne, da ist ein Generator. Den hab' ich schon leicht angekratzt. Hinterkommt! Genau vorne rein! Oh! Ist der weg! Wo, wo, pass auf! Was denn? Da ist ne Falle! Oh Gott! Da ist ne Falle! Oh Gott! Ich hab richtig dreist den Generator weitergemacht. Ach, war der grad bei euch? Ja. Ich guck die ganze Zeit hinter mir hin, weil ich den sehen kann, wenn er ankommt. Der ist grad ein bisschen blind, der steht nämlich genau vor mir. Ach, hier ist auch noch ein Generator. Ich bin grad in irgendeinem... Wie soll ich dieses Gebäude jetzt beschreiben? Das ist ein dünnes, langes Gebäude. Ich finde, es ist ein gelber Generator. Geschafft! Da war's, noch zwei. Entschärf mal die Falle. Oh Gott, ich höre ein Herzkloppen. Ich auch. Von wo kommt das? Ich weiß auch nicht. Ein Generator. Warte kurz, vielleicht hört sie gleich auf. Jetzt bei mir irgendwo. Ich glaub vom Haus, oder? Im Haus? Oh Gott, ich bin in irgendeinem Keller gelandet. Ja, der ist grad in der mitten in der Straße, bei den ganzen Autos. Komm schnell rein, komm schnell rein, Marco. Der geht grad in ein Haus rein. Okay. Welches? Das große? In die Vorschule? Das, ja, ich glaube. Nein. Das ist Marco nicht gerade. Aber ich höre jetzt nichts. Der ist jetzt hinten beim Krankenwagen. Okay, jetzt gut. Ist leer. Wie kann ich Sachen ablegen? Marco, pass auf. Guck du hinter mir und ich guck da zur Tür raus. Oh Gott, das weiß ich grad auch nicht. Leon, wie kann man Sachen ablegen? Hier. Wenn du die willst, das ist eine Taschenlampe. Ich brauch die nicht. Danke. Sachen ablegen? Ich weiß jetzt grad nicht. Ich weiß nur mit E. Mit E? Echt? Ich kann das mit E. Sprintest du doch. Die Standardeinstellung? Äh, ich sprinte mit Schimpfen. Oh Gott. Ist hier irgendwo? Ja, der ist da bei der... Wir haben es fast geschafft. Ah, ich sehe ihn da hinten. Da sitzen links. Ja, der hat da eine Falle hingestellt. Okay. Da ist auch ein Generator. Nice. Der kommt in eure Richtung. Ab in den Keller. Ja. Ja, in Freddy Krügersheim. Wenn er hinten hier aufkreuzt, zieht die Palette da runter. Wenn er hinten hier aufkreuzt, zieht die Palette da runter. Jetzt wird der Keller einen verfolgt, oder? Nicht. Da ist der echte Keller. Wenn wir mit rechts oder links klicken. Oh. Wo ist der Keller lang? Ja, der Keller ist im Keller der Map. Seid ihr im Keller? Ja, aber ich mach mal hin. Weil der Keller ist grad draußen. Ja, ich mach jetzt meine Aufgabe fertig. Oh Gott. Oh Gott. Ich will das wenigstens einmal schaffen. Mein Gott, ist der blind, ey. Oh Gott. Oh Gott. Er ist bei mir. Das war eine Taschenlampe, aber egal. Ja, okay. Rocko, du dir den Kasten da, der jetzt da drin liegt. Oh, da ist der Kasten drin. Ja, das ist mein Alter. Nimm. Ach so. Ja, wieder los. Okay, danke. Kommt auf die andere Seite. Jo, bin schon weg. Nein, trifft mich nicht. Ich höre ihn gerade. Seid ihr im Haus? Nee, ich guck auf die Killers wieder raus. Ach so, deswegen ist's. Ich hab mir her. Mario verfolgt. Autsch. Den ganzen Feuer. Jaja. Aber komisch ist. Guck mal, von hier aus siehst du das Feuer nicht. Ich hab heute verfallen. Ja. Mika, hast du mich erschrocken. Ja, da lagen zwei von hier. Okay, tschüss. Ich hab ihn betrollt. Ich hab ihn betrollt. Der ist hier übrigens wieder, weil der kommt gerade auf mich. Ich weiß nicht, von welcher Seite er ist. Da hinten, ich hab ihn gerade gesehen. Oh Gott, ich bin ihm losgeworden. Geradeaus? Nein, nicht geradeaus. Hinter Rocko im Prinzip. Da hinten habe ich ihn gerade hinterm Zaun lang gegenseit. Was jetzt? Ähm, entkommen. Ach, der Killer ist offline gegangen. Oh. Unsportliches Verhalten. Ja, genau. Aber eigentlich müsste ich es jetzt erfüllt haben. Nein, hab ich nicht. Der Hintern hier von der Linken sieht total komisch aus. Ich bin lang aufgestiegen. Ach, darfst du? Ja. Killer, null Punkte. Oh, ich hab die meisten Punkte gemacht. Guck, zwei Punkte vor. Kooks. Kooks 2.0. Bester Name ever, ne? Ja. Jetzt wissen wir, was der in seiner Freizeit macht. Ja. Ach. 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 Ich bin nicht hart. Oh, ey. Kann mich nicht entscheiden. Dies und dies auf jeden Fall. John schickst eine Einladung? Ja. Wundermann. Mein Titel, boh, boh, boh. Wundermann. Oh. Ich war grad verwirrt, Rocco, ich hab grad den Tim eingeladen. Oh Gott. Der hat das Spiel ja. Der hat grad nen DBD oder? Ne, er heißt grad den Counter-Strike, aber der hat das Spiel auch. Kein Platz mehr da. Wenn ich den jetzt einlade in ne volle Lobby, dann kommt so ein bisschen komisch. Ja. Ja. Warum spielt ihr eigentlich nicht mit Opfergaben? Äh, hallo? Antworten wäre nett. Hä? Ich hab keine guten Opfergaben. Ich hab auch jetzt nicht die Birner-Opfergaben, aber ich verschwende die, wenn du so willst, weil ich zu viele davon hab. Ach so. Schauen, was ich habe. Erstmal die ganzen Brau... Ja, mit meinem Charakter hab ich natürlich jetzt erstmal nix. Ja, logisch. Aber ich hau jetzt erstmal den ganzen braunen Scheiß da weg, damit ich den los bin. Und, äh, ja. Ja. Ich hab mal bei mir immer alles, für den Overwatch. Alle ganzen Coins. Und dann für gute Skins ausgeben. Ja, erst der Halloween. Ich bin die Hälfte meiner Coins losgeworden. Ich hatte 14.000, ja. Ich hab alle Halloween-Skins bekommen, die ich haben wollte. Ich müsste mir die ganze Zeit kaufen. Ich hab die vom letzten Jahr. Warum der neue Zenyatta ne neue Smash-Skins? Ja. Mega. Awesome. Hä? Was? Ja. Wo bin ich? Ja, der Killer ist aufgegangen. Schon wieder. Wahrscheinlich der gleiche wie vorher. Gesehen... Oh, ne. Nicht die gleiche nach. Oh mein Gott, das sind die gleiche. Ich weiß, ich bin... Hast du ihn wieder eingeladen, oder wie? Ja, hab ich ne andere Wahl? Ne, ich mein hier den... Außer den Garde eingeladen. Nein, diesmal nicht. Ich weiß, ich bin grad im Blutnetz, mach noch die restlichen Punkte noch am Verteilen, die ich noch habe. Auf einmal bin ich weg. Aber ich hab jetzt als Opfergabe so ne lila ne Münze gezogen. Wo war die? Ja, bitte ich auch bei... Äh, blanke Münze? Ja, blanke Münze. Zwei weitere Kisten. Zwei weitere Kisten. Wär für mich geil. Ich hab aber noch ne gelbe Münze. Ja, ich auch. Zwei Stück. Ja, ich hab auch noch zweimal dunkelstes Mondlicht. Und noch dreimal versteinerte Eiche. Aber die bewahr ich mir, äh, für dann auf, wenn's mal richtig Spaß macht, sag ich mal so. Die Suppe ist nicht von mir. Direkt Bescheid sagen, wenn ihr irgendeinen Hinweis seht, wer es sein könnte. Nö, bei mir ist irgendwas von fallen lassen, einer... Ach, bei mir war auch grad fallen lassen, einer Palette. Ja. Ja, genau. Lass eine Palette fallen, bla bla bla. Ja, hab ich genau das gleiche. Werkstattautor auf dem Schrottplatz. Ich bin direkt auf dem Hügel, wie auf dem Präsentierteller. Ich bin immer am Tor. Ach, bei mir ist auch grad ein Tor in der Nähe. Das seh ich wieder an. Ich bin hier direkt an einem Generator. Irgendwie könnt ihr nochmal rühren. Ja, wo bist denn du? Hinter mir. Ich hoffe, der Killer ist jetzt nicht irgend so'n Assi-Killer. Der ist immer aus hier. Der denkt nach, wenn's... Es ist die Nurse. Ach. Die Nurse, oh ne. Okay. Gut. Wie ist hinter dir her? Der Ektron, die kann sich dreimal hintereinander durchwenden und supporten. Wenn sie denn das... Ne, ne. Das dreimal kann die so oder so. Die kann das aber bis auf fünf steigern. End on. Okay. Ähm. Wie auch immer grad in meiner Nähe. Mario, verschwindest du bitte. Wieder bist bei mir in der Nähe. Da ist sie ja! Boah, hat die daneben gehauen. Leck mich dumm. Oh Gott, wer kommt denn hier? Das bin wahrscheinlich ich. Der ist hier wieder! Geh weg! Alte Knittertante! Was hältst du die Olle? Ja, du hast sie an mir abgeschmiert. Ah, fuck! Das Ding ist, könnte ich mich eigentlich heilen, aber ich hab grad nicht die Zeit dafür. Das war ich. Boah, schön gemacht. Ich mach's dann. Die Nurse hat irgendwas, ähm, wegen dem. Warte, Leo, wo bist du? Ich heil mich grad selber. Ich steb hier schon wieder am Arsch. Ja, ich seh dich grad. Soll ich dich weiter heilen? Ja, mach. Wander. Beeil dich. Ich sieh sie aber da. Da hinten ist sie grad und jagt den irgendjemand hinterher. Ich würd zum Fressen gern die Nurse. Mach! 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 Wo bist du? Ach, da bist du. Oh Gott, da ist sie. Ich bin in der Nähe. Ja, ich seh ihn auch gerade. Sie wird ihn wahrscheinlich zum Haken hier vorne direkt hintragen. Ich durche mal dahin. Ich durche mal dahin. Oh, ich war grad auch kurz in der Luft. Ist die fair? Ist die fair? Ja, die geht grad weg. Ja, die geht grad weg. Die macht aber eine Palette gerade kurz. Ja, aber das kann ja sein, dass sie danach wiederkommen, ne? Okay, ne. Die ist doch hinten wieder weggegangen, ne? Ist die weg? Okay, ich komme. Die ist weg, ja. Danach gehen wir in diesen Bus da rein, da. Und da heil ich dich dann, okay? Komm schnell mit. Komm schnell mit. Ich wollte ihn retten. Egal. Jetzt hier rein? Der Generator ist fast fertig. Ich kann uns noch nicht sehen. Es heißt, sie drehen sich jetzt rum. Dann bin ich aber in erster gefickt. Oh, ist gut. Oh, ich fang jetzt mit Luft vor. Okay, Achtung. Stell du dich mal ans Fenster. Lauf, lauf, lauf. Komm, ich lenk sie ab. Ja. Ja. Schön. Bist du durchgesprungen? Ich bin durchgesprungen, ja. Alles klar. Die sind hinter mir her. Boah, war das knapp. Die hat sich grad teleportiert. Na und jemand, wo sie ankam, hab ich das Brett runtergezogen. Da bist du. Die läuft wahrscheinlich immer noch hinter mir her. Na ja, schwebt wohl, ja. Jetzt hat sie mich verloren, aber ich kann mich nicht mehr selbst teilen. Dafür ist der Kast nicht schon zu gering. Weg. Ist hinter mir her wieder? Ist da irgendjemand bei mir in der Nähe? Ja, draußen am Generator. Wo? Ja. Natürlich. Ähm. Relativ nah an der Wand. Sag mir, wo du bist. Ich bin, ähm, beim Hügel. Okay. Da hinten ist die. Sie ist grad bei mir. Ich bin sie grad losgeworden. Da hinten? Ja. Okay, warte, ich komm langsam zu dir. Ich versuch's zu mir. Ach Philipp, glaub es. Stopp. Hier bin ich. Ja, ich kann sie sehen. Mika, siehst du diese, diese Schrottwände? Ich bin da hinter mir her. Ja, okay, ja gut. Dann geh ich in den Keller und guck, ob ich was finde. Wenn da denn der Keller ist. Hallo. Jo, danke dir. Leon ist noch verletzt. Ja, warte, ich guck jetzt mal hier in der Werkstatt. Da ist die Kiste noch nicht offen. Ich guck mal, ob da vielleicht irgendwas drin ist, was mir helfen könnte. Wo ist die? Ist die am Generator? Wie ist bei mir in das? Ja, ich bin leider auch hier. Äh, beim großen Haus. Da hinten geradeaus sehe ich irgendjemanden. Aber ich glaub, hier ist das, oder? Ich bin in der Werkstatt gerade. Ha, die hat mich verfehlt. Ich hab einen grünen Werkzeugkasten gefunden. Können wir den Generator da eventuell machen? Ich bin immer noch in der Werkstatt, ne? Ja. Ja, ich nicht mehr. Ne, ich mein jetzt für die anarbeiten, falls mich einer heilen könnte. Achso. Ne, wir machen gerade einen Generator. Ja, mach weiter, aber, äh... Sie hat mich verloren. Aber hört da jemand am Generator? Ich kann doch nicht sein. Ich bin in der Werkstatt und mach den Generator. Ne, die sucht mich auch. Die sucht mich. Und hat mich anscheinend auch gefunden. Aber hat mich nicht getroffen. Oh, nice, Leute. Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Werkstatt. Im Haus? Ja, ja, klar. Das ist die Werkstatt, Rocco. Okay. Pass auf, sie ist in der Nähe. Sie ist in der Nähe. Versteck mich hier hinten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann noch einer. Da ist die Ausgangsfähigkeit der Ratsjöten. Da. Ja, mach. Mach! Wer die da hinten ist? Wie es bei euch ist? Hey. Rauti, es ist hinter mir her. Oh Gott, lass los! Lass los! Nein, warte, warte. Mach weiter. Die jagt Mario hinterher. Die lässt uns in Ruhe. Lass los. Mach weiter. Oh Gott. Warte, sie steht. Sie haben noch ein Gebäude. Da kann ich ja nicht da reingehen. Ja, die müssen dauern. Die hatte ich nicht gesehen. Die hatte ich nicht gesehen. Oh Gott, egal, ich bin trotzdem draußen. Oh Gott, ich heiße. War schon jemand von euch im Keller? Nee, der Keller ist leider auch nicht in der Werkstatt. Ist bald, der ist hier bei mir. Lauf ab! Steht mir ein Weg? Oh Gott, du hast da was hier. Der war auch nirgendwo ein Fenster gewesen, wo ich mich springen konnte. Richtig geil. Nein, ich weiß schon, wo du dich aufhörst. Nee, die Tür. Ah, ganz knapp wieder. Oh Gott, scheiße. Was bist du denn da, Rocco? Ja. Ach da! Ich weiß nicht, ob die mich gesehen hat. Okay, jetzt muss ich kämpfen. Oh Gott. Warte, ich bin in der Nähe. Scheiße. Hier, da bin ich. Achtung, Rocco, die kommt da wieder. Ach nein. Nein, das war so knapp. Ah. 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 Super, danke dir. Komm schnell mit, komm schnell mit. Nein, jetzt bin ich am Hafen. Wie das? Ich wollte den Mann auf Mario retten, aber dann hat sie mich kaputt. Ach so. Ja, okay. Es ist, wenn man jemanden gerade retten will, dann kann der Killer einen ja da wegreißen. Ja, direkt wegziehen. Wie wenn du in die Luke springen willst. Ja, danke. Ich habe hier einen Generator aus fast der Hälfte fertig. Oh, sie hat mich gesehen. Die geht in eure Richtung. Die geht in eure Richtung. Ja, die hat mich gesehen. Mario, ich glaube, die hat dich noch mehr gesehen als ich. Mal weg. Nein, die geht jetzt rechts von euch weg. Die ist weg. Ja, da. Warte, warte, ich bin da. Ich bin da. Okay. Komm schnell mit. Komm schnell mit, hier in dieses Teil da. Komm mit. Ich bin irgendwo in der Nähe. Ich muss irgendeinen Perk haben. Jeder, der am Haken schon mal hing, ist schwieriger zu heilen. Das dauert zumindest länger. Auch irgendwas für die Generatoren, weil ich brauche extrem lange. Ja, ich sehe sie gerade da hinten. Die geht zum Ausgang, Mika. Komm zu mir. Okay, wir suchen den anderen Ausgang und öffnen den. Hier, hier, der ist direkt hier, Rocco. Okay, ich habe den anderen Ausgang. Ja, ich bin schon da. Achso. Hi Leon. Hallo Rocco. Mika, wir machen den auf. Komm in unsere Richtung. Der ist links vom anderen Generator. Ich weiß, ich weiß. Äh, Ausgang, Entschuldigung. Ja, das ist das Problem bei dir. Komm, ist sie hinter dir und zack, ist sie vor dir. Okay, ist offen. Okay. Mika, ich höre es klopfen. Bist du in der Nähe? Ja. Hallo. Oh, da ist er. Okay. Okay. Lauft, lauft, lauft. Lauf. So, ich bin raus. Ja. Ja, ich war die Nachhut in dem Fall jetzt. Boah, drei Runden haben wir schon wieder aufgenommen. Drei Runden? Okay, das mal sind wir entkommen. Naja, die 50% wurden zu. Ja, die waren doch eigentlich. Jetzt bin ich doch eigentlich. Jawoll, ja, geschafft. Damit wäre auch dieses Tänkische Ritual abgehackt. Jo, was ist das denn? 5% verringerte Aktionsgeschwindigkeit. Ich kann mir die ganzen, die ganzen dealernen Perks. Direkt mal upgrade, so. Aber bevor wir jetzt hier irgendwas machen, machen wir mal Schluss mit der Folge. Wir haben eben schon wieder drei Runden am Stück aufgenommen. Und ich glaube, das Video wird wieder ein bisschen zu lang sein. So, also. An dieser Stelle. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Drei Runden gespielt. Diesmal dürfte die Aufnahmen etwas länger sein. Und die Runden waren relativ flott. Ich hoffe, es ist nicht so lange. Naja, ansonsten. Ähm. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Mario und Rocco vorbei. Ja, Mario wird jetzt demnächst wieder ein bisschen mit Overwatch anfangen. Ähm. Ob Rocco wieder ein Video hochlädt, weiß ich nicht. Müsste ihn persönlich fragen. Ähm. Und ja. Danke nochmal Mika, dass du auch mitmachst. Mhm. So. Bevor es jetzt noch weiter in die Länge geht, sage ich jetzt direkt bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Tschüss. 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 Tschüss.